Das Modehaus war ein Herrenausstatter in Ertingen. Als ich das erste Mal hier reingekommen habe, war es auch dieser Wow-Effekt. Ich bin Stammgast hier und ich gehe hier gern hin. Es ist eine gute Mischung hier. Man kann sich hier für eine Hochzeit einkleiden, für einen Business-Termin. Man kann aber einfach auch Casual. Gibt es hier auch. Wenn ich hierher komme, dann weiß ich, dass ich was finde und dass ich mich gut beraten lassen kann. 20 ist ja im Prinzip gerade das Corona-Jahr gekommen. Und dann kam die Information, dass wir zu Hause bleiben sollen. Und dann war die Überlegung ganz schnell da, dass wir auf online schauen müssen, wie die Leute bei uns bestellen können. Das mit Schuhe 24, das war eigentlich unser erstes. Da sind wir eigentlich ganz schnell reingekommen. Und durch das, dass unser Betrieb vorher schon so digitalisiert war, ging das mit der Anbindung mit Zalando sehr, sehr schnell. Und dann machen wir auch einen eigenen Online-Shop, wo die Kunden auf unserer Homepage bestellen können. Aber wir sind natürlich jetzt auch Instagram, Facebook unterwegs. Unser Online-Geschäft machen wir jetzt als zweites Standbein. Das Aufbäumen, das hätten wir wahrscheinlich ohne unserem Chef mit seiner Frau nicht geschafft. Mal kriegt einen Preis. Richtig super, freut mich für euch. Herzlichen Glückwunsch. Machen! Nuna Minute! Untertitelung des ZDF, 2020